Hallo? Ich bin hier gewesen, ja. Direkt neben Eve und sagt, wo ist Eve denn? Ja, Anne macht das auch immer, oder? Ja, da ist ja keiner da, aber mein Gott. Anne hab ich versenkt. Aber bei mir passiert das genauso oft, wenn ich hier bin, wie wenn ich Trade-Up bin. Aber versenkt, ey. Wenn ich jetzt Trade-Up bin, sind Anne, Goro und McFly tot? Wollte ich nochmal sagen. So wie gestern, Graves, und du sagtest, äh, Shige und Niels helft mir. Anne macht einen Trade-Up. Detektiv-Verfehl von mir. Oh Gott. Wer ist von Mathas? Cool, dass Goro und Anne Detektiv-Corps sind. Kapuze ist über die Trader-Falle gegangen. Oh, Grants hat sich zum Ältesten gehabt, Leute. Nein, das war McFly. Ich schwör, dass es Grants ist. Ich schwör, dass es Grants ist. Leute, das war Grants. Kapuze, ich schwör, ich war's nicht. Willi, schießt einfach alle, die jetzt von uns. Hey, Goro, du bist doch, du bist doch Detective. Können wir Grants machen? Goro, ich hab's gesehen. Kapuze, ich verspreche dir einmal, dass ich's nicht bin. Grants ist es nicht. Ich glaub auch, dass Grants ist es nicht. Ich hab Gruppenabstimmung. Nein, Goro. Darf ich vorher McFly töten? Gruppenabstimmung. Goro, komm mit, schnell. Es ist Grants, ich schwör. Komm mit, komm mit. Es ist Grants, Leute, lass mich nicht verhutigern. Ich würd sagen, Dalu ist gerade im Aufzug gestorben. Goro, bist du hinter mir? Ja, okay. Wie ist das passiert? Er wehrt sich noch. Anne, es ist Grants. Was denn hier passiert? Tu deinen Job. Wo ist der denn gestorben? Hier, beim Aufzug irgendwie oder so. Wo ist denn der Aufzug? Dann ist es nämlich McFly. Ich kann das nicht. Warte mal. Oder ist er hier drin? Das bist du. Ich glaube, das ist Grants. Kapuze, ich verspreche dir, ich bin's nicht. Du bist hinter mir gestanden auf einmal und ist das Ding eingebrochen. Oh, ich hör Musik. Wenn ich das richtig sehe, leuchtet grün, ne? Ja, aber zwei, zwei, dann geht's auch grün. Los, knappe ihn ab! Nein. Hilfe, Hilfe! Hilfe! Komm, fang mit mir ab. Stimmt, jetzt mein Freund geht auch grün. Tja, also sind wir jetzt beide, Goro. Aber dann hätt ich ja nicht versucht, McFly in die Scheiße zu reiten. Oh, Gretel ist das. Kapuze, Goro hat ... Nee, 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 Kapuze. Kapuze, Goro hat grad mit mir den Traitor-Test gemacht. Echt? Ja. Oh Gott, viel zu viele. Ich hau ab. Gut, viel zu viele Leute. Wer ist denn hier tot? Aber Kapuze ist auf jeden Fall safe. Das war ein Mordanschlag. Hast du, hast du mit Gretel den Traitor-Test gemacht? Ja, aber ich hab McFly dabei gehabt. Also entweder sind beide Traitor oder ... Dann steck mich halt nochmal mit Kapuze da rein. Naja, bitte nicht. Was ist denn ein Traitor-Test? Kapuze, jeder hat ne Kabine für sich. Warte, warte, warte. Hier ist ein Traitor, ein Traitor-Raum. Komm raus da! Ich hör das doch! What? Teleport. Anne. Hallo. Ja? Ja, hörst du das nicht? Doch, natürlich. Ein Aufzug oder was ist das? Aber ich geh jetzt trotzdem wieder runter. Wo ist der Traitor-Raum? Außerdem kann man, glaub ich, was mehr an Ausgängen rausgehen. Was? Friendship! Eve, komm hier rein, schnell! Schigo, der Fahrstuhl ist deine einzige Rettung! Geht nicht rein, das ist Grenz. Oh Gott! Wir müssen warten. Achtung! Hey, Schigo, schießt auf mich! Was war da denn los? Sie war's! Ich hab nur noch drei HP! Hey! Ich hab mich so erschrocken! Ist das ein Traitor-Raum? Nee, ne? Leute, ich hab ne Taube! Was? Boah! Mach mich fertig! Ey, Goro! Ja? Ich hab nen Traitor gekillt! Echt? Hab ich confirmed! Einen Kapuze! Und wer hat Kapuze getötet? Er lebt denn überhaupt noch! Mit der Shotgun! Muss also DNA dran sein! Warum tötet ihr Kapuze? Goro! Grunde doch die DM-A mit! Goro, wo bist du denn? Das ist natürlich klug, Max! Ich hab nur noch drei! Ich hab ne DNA! Goro! Ja, was ist denn? Ich brauch Heilung! Ja! Also, Ive und Good Gaming haben... Ive ist verletzt! Hm... Good Gaming hat auch ne Shotgun! Goro, wo bist du denn jetzt? Alter, was? Was war das denn grad? Boah! Mirafade! Die DNA! Goro! Ey, das ist doch nicht wahr! Was ist denn? Ich brauch Heilung jetzt! Ja, wo bist du? Hier! Wo?! Ich werf gleich die Taube rein! Direkt hinter dir! Ich werf gleich... Evermetcapt! Könnt's ja nur noch Krabs oder McFly sein, weil Dablu ist ja tot! Und was mit Krabs? Das kannst du nur auf du sagen, Good Gaming! Ich sag ja, Krabs oder McFly! Oder... Du bist es! Danke! Ja, ich bin ja innocent, deswegen sag ich das! Also... Ich weiß nicht, Nils hat dich auch so richtig sauerhaft! Ich weiß nicht, Grazi sollte da mal mit der Zauberkommt! Und Shigo! Ich hab ja auch safe! Hilfe! Gebt mir die Taube weg! Also... Weißt du was, Kapuze? Lauf! Keine Ahnung! Oh, Krabs ist schnell ins Wasser gegangen, weil er denkt, da ist er sicher! Naja, Kapuze hat keine Spur! Krabs, stell dich mal lieber in den Türrahmen, da bist du wirklich sicher! Hier läuft Good Gaming auf einmal! McFly hat grad den Goro getanzt! Ey, hier! Eine falsche Bewegung, Nils da! McFly oder Krabs! Einer von denen muss es sein! Und die Taube fliegt! Was mit Anne? Anne ist Detekt! Leider! Der Kollege! Oh, wer hat Kapuze wiederbelebt? Kapuze Freize! Was? Kapuze freit zum Abschluss! Ich werf die Taube auf Krabs! Vorsicht! Kapuze! Was ist es? Los, Taube sie! Schnapp dir Anne! Schnapp dir Anne! Schnapp dir sie! Schnapp dir sie! Dagegen geht's aber der Beat los! Bist du wahnsinnig! Shigo, du hast mich voll erschrocken! Auf einmal schießt du einfach! Bist du dich's wanted! Rainbow! You fucking Unicorn! Aber du sagst nicht, ob ich dir wirklich verzwungen fand, das? Ja, ne? Ja, ne, dubstep war ja auch dabei! Dubstep mit ein bisschen dubstep! Dubstep friendship, finde ich! Ey, wofür hab ich denn jetzt eigentlich Karmaabzug gekriegt? Ja, weil du mich töten wolltest! Ich hab dich doch nicht getötetet! Ja, aber du wolltest! Schlimm genug! Das ist auch Karma! Muss man auch Karma für zahlen! Ich hab dir doch, ich hab dir doch geholfen! Mich hat der Fahrstuhl getötet! Ja, wollte grad sagen, das sah auch so aus! Als hätte der Fahrstuhl dich irgendwie geschossen! Oh, er ist so geschossen? Ist der Fahrstuhl nicht in der Traitorfalle? Ja gut, dann geh du vor! Oh, oh! Wer hat da geschossen? Ganz schön ruhig! Oh, Anne ist hier! I'm a little scared right now! Don't do it! Hast du gerade geschossen? Ja, natürlich! Anne ist bei mir, Anne ist bei mir! Wenn ich jetzt sterbe, ist es Anne! Anne, Anne, Anne! Guck mal, der unendlichte Gang! Zieh dir den unendlichten Gang rein! Uiiiiiiiiiii! Capuzzo lebst du noch! Capuzzo ist hier oben! Aber man könnte die Anne ruhig gehen! Tut 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 tut! Kann man sagen! Ich hab's da durchmachen! Nein, nicht versuchen! Dann stürzt du dir ab! Bitte nix durch Portale schieß! Anne war mit mir im Fahrstuhl! Es war wunderschön! Anne ist aus dem Fahrstuhl! Aber ich mach hier so einen Weg über das... Oh! Portal! Da ist grad ein Portal! Ja! Damit du über die Falle gehen kannst! Jetzt! Ehrlich? Ja! Du bist so ein Schatz! Wer hat denn die Portal Gun? Ich! Da du! Da du! Da du! Es ist gerade eben jemand gestorben! Hier ist jemand tot! Shigo! Warte! Ich call Detective! Call Saul! Oh! Ich weiß nicht! Ich hab so einen Shotgun! Aber ich bin voll innocent! Hier am Start! Na ja! Pucken wir mal auf! Da oben wurde auch geschossen! Da ist was dran! Kapuzen Jones! Nils ist es! Nils ist es! Und der ist im Claw! Der ringert noch! Und jetzt ist er schon! Ich hab's gesehen! Vorsicht! Oh! Ich sag doch Vorsicht! Okay, gut! Ich hab Dalu getötet! Nein, Spaß! Aber ich hab den DNA-Scanner, Leute! Ich bin der echte Traitor! Das kann man ja geklärt! Ich hab die Portal Gun! Was hat du? Kann wer Dalu wieder nehmen? Hast du einen Defi, Max? Kann wer Dalu wieder nehmen? Da sagst du was! Hold the Dalu back! Ich hab hier irgendwie Angst, wenn Grants und Goro hier nehmen! Ich hab doch Dalu grad geholfen! Ja, stimmt eigentlich! Ja, stimmt! Grants is safe! Und hat auch noch gesagt, geht zurück! Er schießt! Hey! Krabs ist es! Hinter dir Anne! Ich hab Dalu doch mitgeholfen! Wieso hast du da einen erschossen? Wer schießt denn hier? Ich bin verwirrt! Nein, krass! Wieso schießt du nicht mit, Goro? Kloppt oder was? Wieso schießt du denn nicht mit direkt? Goro war Traitor! 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 Ich will da bleiben, damit nicht einer mich erschießen kann und Grants läuft einfach wieder weg, wenn ich beim Wiederbeleben bin! Aber Grants, du hast doch geholfen! Der hat mir nicht geholfen! Ich hab mit rauf geschossen! Das Einzige, was ich getan hab, war gesagt, Vorsicht! Ihr könnt explodieren! Wieso sterbe ich einfach? Da haben wir beide getötet! Das ist Items da! Ihr seid aus Traitor's Fate gestorben! Ja! Ihr Kinders Fate! Ihr habt mich getötet! Das war Traitor's Fate! Aber alle haben Karma 1000! Ist das nicht ne schöne Runde? Weil 20 Sekunden gehen wahrscheinlich über die Zeit noch hinaus! Letzte Runde! Goro, du hättest mit eskalieren sollen direkt einfach! Was waren denn nur noch die Beine? Goro! Ich hab wirklich gezögert, als Grants dann gesagt! Am Ende war ich auch verwirrt, wer's da jetzt noch war! Weil keiner hat auf wen geschossen, dann gab's diese zwei Fronten, die gegeneinander geschossen! Ich hab ja gehofft, dass Krabs und Anne sich jetzt abschießen gegenseitig! Ich dachte auch, dass Krabs ohne Anne sich ist! Letzte Runde ist was, dass so eine Eve läuft über die Falltür rüber! Heee, wer eskaliert ist! Stopp! Ich glaub ich fleischig! Dann kann er das doch noch nicht! Freiheit hier eskaliert! Das war ja klar gehen, ey! Wollschlag! Okay! Uuuuuh! Oh! Irgendjemand hat sich wirklich gehauen! Was? Ich guck doch das Blut an! Wow! Das war von Kapuze, glaub ich! Nein! Ansem hat geschossen! Kapuze ist doch so ein richtiger Schläger, ey! Ich hab kurz wieder lacht, ey! Wir haben Spaß gemacht! Du hast ernst gemacht, ey! Aus Ver-seh-... Oh! Nein! Was war das denn? Wer Kapuze hat gekriegt in Euro? Was ist das? Wenn ihr was existieren wollt, ich bin nicht fertig! Wann geht das Ding denn auch nicht? Wann geht das Ding denn auch nicht? Wann geht das Ding dann hier auf? Welches Ding denn? Das ist ein Loch im Boden! Wenn der Trailer das will! Oh, hier ist es aufgegangen! Oh, ihr wurd gebrobt, Kilt! Oh, ihr wurdet geprobt, Kilt! Ich find's aber nicht. Ich find es nicht gewesen. Robker! Oh shit, ey. Verbrennt die Leichen. Goro, kauf doch grad ein. Goro hat grad eingekauft. Bist du gelangt? Goro, frei zum Abschuss. Rens, das machst du da in der Enge. Ich wollte Goro töten. Den A-Skanner. Was, wo? Ich will ihn. Ja, Luca, ich kann ihn nicht aufsammeln, weil er... Weil er schon ein Item hat. Er hat schon ein Item. Töte ihn. Wer hat die denn vorhin geworfen? Irgendeiner hat mehrere DNA-Scanner geworfen. DNA-Scanners? DNA-Scanner für alle! DNA-Scanners. Ein DNA-Scanner, mehrere DNA-Scanners. Wo habt ihr denn die Leichen hingetan? Die haben wir verbrannt. Die liegen doch alle noch hier. Die liegen doch alle noch hier. Jetzt ist er weg! Er hat ihn runtergeworfen. Shigo hat ihn runtergeworfen. Bei mir lag er noch oben. Ich hab ihn runtergeworfen. Er lag bei mir noch oben. Aber wieso wirfst du den Detective runter? Weil sie Traitor. Weil sie Traitor ist... Wer ist der Traitor? Shigo. Eve? Eve? Na, Eve? Nee! Ja, da hat er Melonen! Nein! Nee! 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 Nix! Auf, auf, auf! Auf! Goro ist es! Es ist Goro! Eve, du bist der Schlagentot! Mein End! Schwimmbad! Ah, ist das noch jemand? Ah, wir waren hier hinter. Äh! Ich glaube, es ist McFly. Was ist los mit dir? Nee, 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 nee! Nein, 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 nein! Das ist auch! Ich glaube, es ist McFly. Scheiße, McFly. Du hast gerade jemanden nicht konfirmt. Nein! Ja, natürlich! Ich hab Goro gekillt! Ich bewache jetzt seine Tür. Kann jemand bitte mal in die Dusche gehen und die Leichen da konfirmen? Oh Gott, ich bin mal am Schwimmbad. Scheiße. Ah, ah! Scheiße! Du hast doch auf mich geschossen! Weil du dich ja wohl niemals vom Tatort entfernen würdest, wenn du es nicht wärst. Du hast einfach nur reagiert. Du hast einfach nicht erschrocken. Du hast geörliedert. Nein, ich denke einfach, dass du ein guter Spieler bist. Tschüss! Tschüss! Tschüss!